Alter, was ist denn... Was geht denn hier ab? Ja! Was denkst du, was ich gerade mache? Sollte ich jetzt vielleicht sagen, dass ich weiß, was für ein Viech das ist? Und... Wow. Sollte ich vielleicht sagen, dass ich weiß, was für ein Viech das ist, weil ich... Dass ich weiß, was für ein Viech das ist, weil ich zufällig schon Burry at Sea gespielt habe? What the fuck? Gehen wir jetzt wieder rauf? Alter. What the fuck? Ich weiß, was das ist, aber trotzdem. Ich weiß, dass es dieses Viech ist, was auf sie geprägt ist. Haha, jetzt habe ich euch gespoilert. Blöd, oder? Alter! Nimm mein Händchen! Ich habe noch so einen Greifer! Na toll. Alter, was geht denn hier ab? Ich hänge jetzt nur kinomäßig an diesem Ding dran, weil ich nichts anderes machen kann, aber... Ich hoffe, die Olle hängt noch an mir. Ach du Scheiße. Kopf ab. Turboboost! Wow! Das sollte ich auch gerade sagen. Das habe ich gerade gesagt. Alter. Ich gucke jetzt nur mal hinter... Oh, fuck! Ah! Hehehehe. Ja. Ah, 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 ah. Habe ich auch gerade gesagt. Irgendwie... Uah! Uah! Scheiße, was war das denn? Alter, ich hab zu viel gesoffen. Ich hab schon voll die Albträume. Moment. Wer bist du denn? Wie kommst du hier rein? Ähm. Ich dachte, ich hätte einen Albtraum gehabt und das alles eben nur geträumt, aber sie steht hier ja wirklich, also muss das ja der Traum sein. Dann machen wir die Tür mal auf und erwarten dahinter dieses riesige, fette Monster. Anna. Anna? Ein Ladebildschirm ist hinter dieser Tür. No! Hallöchen. Bäh. Anna. Anna. Nein, ich bin's. Elizabeth. Alles in Ordnung? Wo bin ich? Wieder unter den Lebenden. Hier, Moment. Es geht schon. Sie wären fast ertrunken, Sie. Ich sagte, es geht schon. Ich... Ich brauche nur einen Moment. Hören Sie das? Ich muss nur kurz sterben. Ja, ich penne noch ne Runde. Ja. Ja, scheiße. Wie lange habe ich geschlafen? Fuck, wer seid ihr denn? Wo ist sie? Finde Elizabeth. Ich würde sagen... Erstmal kurz gekotzt und... Möwen verscheuchen! Ja, hallo? Netter Badeanzug. Ähm. Ich dachte, ich bin auf der Erde, aber das ist irgendwie scheinbar... Wo fließt das Wasser da hinten hin? Fließt das irgendjemand, der unten auf der Erde lebt, auf dem Kopf? Oder war das hier los? Nö. Ich wollte jetzt keine Bitch verkaufen oder so. Naja, du bist nicht schlecht, aber die andere sieht besser aus. Ihr auch nicht. Hüpp! Gumm, gumm, gumm. Hast du jemanden gesehen? Nö. Wie sieht es mit euch aus, Jungs? Habt ihr jemanden gesehen? Abgesehen davon, dass ich euch gerade die Kohle geklaut habe? Nein. Uh, fette Beute. Äh, ein Bierchen zischen. Bisschen was futtern. Hüpp! Oh, was ist das? Entschuldigung. Nö. Äh. Hier kann ich... Ich kann nicht mal die Treppe rauf gehen. Ich bin behindert. Ich kann keine Treppen mehr gehen. Also ich sitze im Rollstuhl, meine ich damit. Besser natürlich nichts gegen Behinderte sein soll. Bla, 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 bla. Hated bitte in den Kommentaren. Om, nom, 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 nom. Hüpp! Da sollen wir wahrscheinlich längst. Also gehe ich hier entlang. Uh, was liegt denn da? Ein Voxophon. Der Prophet weiß vielleicht, wie seine eigene Biografie enden wird. Aber ich weiß kaum, wie ich anfangen soll. Abgesehen von den Kindermärchen, die man in der Hall of Heroes zu hören bekommt, hat er nämlich sein Leben vor seiner Taufe, ich zitiere, am Flussufer zurückgelassen. Man wird mich ein Plagiator nennen, aber ich werde die ersten 30 Seiten lang nur die offizielle Version wiederkeulen. Okay, was auch immer der Typ da labert. Vor allem, wo sind wir hier eigentlich? Und warum ist hier noch nicht Krieg? Wieso wie auf dem anderen Teil des Planeten? Also... Ich suche eine junge Frau. Wäre nicht, Bruder. Jo, Brofist! Brofist? Brofist! Hallo. Ich halte meine Faust hin. Gib Brofist! Blöder Penner. Stattdessen loote ich diesen Müll. Ein Luftschiff. Damit könnten wir hier wegkommen. The First Lady. Hm. President Comstock's Personal Airship. First Lady's Aerodrom. Munition für Pistole ist voll. Was geht denn da ab? Ich wollte mir gerade den Film hier angucken. The Word of the Prophet. Präsenz Battleship Bay. Dann schauen wir da mal rein. Battleship Bay. Okay. Ja. Mhm. Mhm, mhm. Sehr interessant. Okay. Also ein Video von dem, was wir da draußen sehen. Warum guckt man sich das an? Warum gucke ich mir hier an, was ich da draußen live haben kann? Weil draußen kann ich reinspringen und schwimmen. Hier drin kann ich nur... ... gucken. Na gut, ihr guckt auch dieses Video. Also von daher... Hm, ich hab nichts gedacht. Hm, lecker. Ein paar Sardinen. Gucken, was es hier noch gibt. Hier kommt also Wasser rein und hier unten kommt Wasser wieder raus. Aha. Klauen wir ihm mal die Brieftasche, die sehr damenhaft aussieht. Bisschen Munition. Vor allen Dingen so im Sinne von... Hey, hat das vielleicht zufällig einer der Programmierer da eingebaut? So im Sinne von... Äh, ich werde zu schlecht bezahlt. Gebt ihm mehr Cash. Schokoriegel. Immerhin, die Tür geht wieder auf. Ich hatte schon Angst, dass die Tür nicht mehr aufgeht. Haben wir das... Den haben wir noch nicht durchsucht. Hm, lecker. Schmodder. Biss. Dass Ausländer euch nach der Uhrzeit fragen? Hm, hm. Ich rieche da ein wenig Rassismus. Nee, 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 nee. Minecraft. Warum fällt mir Minecraft ein, wenn ich eine Sandburg sehe, die aus Vierecken besteht? Ja, warum man die gebaut hat, hat die echt perfekt gebaut. Was machen die beiden denn da? Mist, ich komme nicht näher ran. Eine unsichtbare Wand verhindert, dass ich da hingehe. Ah, hübsch. Okay, das da hinten sieht gefährlich aus. Ups, ich bin über eure Burg klettert. Als erlauben. Mutter wird nicht gefragt. Bei dir wird Mutter immer gefragt. Ich bin mein eigener Herr. Hahaha. Was? Wollt ihr einen flotten Dreier machen, oder wat? Die Alte hat als Kopie... Als... Ihr Zwilling hat da hinten mich angebaggert schon. Also von daher, die ist leicht zu haben, Jungs. Schnappt sie euch. Ach, was für ein Leben. Mir fehlen echte Strände. An echten Stränden musst du dir das Wasser mit allen möglichen Menschen teilen. Und diese Menschen sind unhygienisch. Ach, Unsinn. Sie kriegen die unvorstellbarsten Krankheiten. Wenn du mir nicht glaubst, fahr mal nach Fington. Ja, an echten Stränden kriegst du Crebolates. Das ist Krebs, Ebola und Aids. Alles in einem. Das ist quasi Bonuspack. So, reden die auch? Nö, aber wir können ja auf den Arsch gucken. Oder vielleicht ins Dekolleté? Jetzt dreh doch nicht den Kopf weg, Mädel. Nö, können wir nicht. Vielleicht sollten wir beide einen Spaziergang machen. Ich geh doch nicht mit dir spazieren. Es ist doch allgemein bekannt, was du für einer bist. Okay. Ich klau euch mal eben das. Also er sagt, ey, lass mal einen Spaziergang machen. Meint natürlich, ey, lass mal ficken. Und sie sagt, ja, mit dir geh ich doch nicht spazieren. Ich war gestern mit diesem Skyline-Mechaniker beim Lunch. Ein Mechaniker? Der verdient nicht schlecht. Ein Ehre mag gut verdienen, aber deswegen gehe ich doch nicht gleich mit dem Lunchen. Was? Uuuuh. Ist dem etwa, ist ihr etwa das Geld nicht gut genug, was der verdient? Hi, die drei. Sagen die auch noch was? Nö. Ich loote mal eben den Schokoriegel. Reden die noch was? Nö. Hüpp. Guck nur mal, was die da so tanzen. Tanz sie, tanz sie, tanz sie, tanz sie, tanz. Tanz sie, tanz. Ey, Kleine. Okay, da ist sie ja. Kleine. Okay, ich komme später nochmal wieder. Ich gucke mich hier noch ein bisschen um. Da hinten gibt es nämlich Stände. Das habe ich gar nicht gesehen, dass sie offen sind. Aha. Lesbische Spielchen, was? Jum, 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 jum. Ich kann Zuckerwatte futtern. Kann ich hier auch rein? Nein. Schade. Was gibt's hier? Surfboards. Das ist typisch, Vox Populi. Die Iren und B***er aufhetzen. Ah, jetzt sind's Arbeit und Ruhen, dann holen sie dich aus dem Bett. Comstock sollte sie zertreten. Diese ganzen Kakerlaken. Ach du Schande, er hat die N-Bombe gedroppt. Ich weiß nicht, ob ich das, also das, da hat's eben gepiept wahrscheinlich. Und der Untertitel war zensiert, wenn ich mich noch dran erinnern kann später. Ich mag schon, dass meine Frau Angst hat. Aber ich kann sie ihr nicht nähen. Comstock wird die Vox erledigen. Wenn er sagt, er hat einen Plan, dann hat er auch einen. Wann hat er uns je im Stich gelassen? Oh Gott, die da hinten machen Sport. Oh, da ist ein... Hier ist wohl, äh... Hier ist wohl Würstchenparty gewesen. Da hinten, nur Typen. Deine Schaufel schlägt Funken. Ja, sie darf doch ruhig noch ein bisschen tanzen. Ich laufe noch währenddessen ein bisschen rum. Ich werde dich heiraten. Den Spruch kenne ich schon. Du musst mir glauben. Ich liebe sie nicht mehr. Es ist unglaublich, wie viele Männer, die ich kenne, keine Ahnung haben, wer sie sind. Was? Ich weiß genau, wer ich bin. Ich bin TBM Zockt. Abonnieren. Ich bin TBM Zockt. Ich bin TBM Zockt. Everyone. Ich bin TBM Zockt. Ich bin TBM Zockt. Ein TBM Zockt. Vielen Dank.